Und Behrens, Behrens, mit dem Schuss, Behrens mit dem Schuss, und Tor, 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 Tor für den FC Anser Rostock, dass die Mann war, unverhofft worden, draufgegangen sind, wie ein Schornhorn ist, sind sie da draufgegangen, auf die Düsseldorfer, und die wussten gar nicht, was ihnen geschieht, noch einmal war der Ball weg, er ging quer, und Hannu Behrens, der zieht nicht so wohl ab, er macht nicht das, was ich gesagt habe, und richtig so war das, er ist einfach an den Gegenspielern vorbeigegangen, und dann unhaltbar, rechts oben ist das Ding drin. Dass das eventuell Handspiel war, und der Schiri checkt es. Er spielt er, jawohl, jawohl. Bentley, Bexter, Bahn, kontrolliert nochmal seine Schuhe, läuft jetzt an, mit dem rechten Fuß schießt er hin, und Tor, 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 Bentley, Bexter, Bahn, 73. Minute, 2 zu 1, und ich sag's gleich dazu, das ist nicht nur verdient, das ist hochverdient, das ist überfällig, und da kommen noch drei hinterher, wenn der Spielstand gerecht sein soll. Jetzt muss mir noch nachlegen, 2 zu 1 für den FC Hansa, und es ist sowas von verdient.